18., 19., 20. Jahrhundert Schon immer ging's um Weltherrschaft, Geld, Macht und Hunger Von Rechner der Menschheit und Umwelt, Vergewaltigung der Natur Kunst, Kultur, wäre die Gesellschaft hellwach, würde sich's spüren 9-11, der Auftakt zur ersten Dekade im 21. Jahrhundert Was uns da wohl noch erwartet? Schweres Wettrüsten zwischen den Blöcken Nur Hilfe, was kann man dagegen machen? Nur nicht die Köpfe in den Sand stecken und sich einfach abwickeln lassen Ich komm hier nicht weg Ich kann nicht ausreißen, bleib in der Zeitschleife Früher war's auch scheiße Alles wiederholt sich jeden Tag, jede Nacht Komm bitte holt mich, zeig mir was man dagegen macht Wir drehen uns im Kreis, solange jedes Mädchen greift Die wenigsten verstehen leider etwas von der Redefreiheit Man wählt sich in Sicherheit, in Demokratie Hat sogar schon mal mit der eigenen Welt um Neunze Minute und der Stürmer greift an Alles eingeschaltet, alles super geschlacht Plötzlich das Blackout, das Schein ist schwarz Alle rasten aus und stein ist stark Greifen zum Hörer und rufen sich an Doch keiner geht dran, denn das Netz ist geplatzt Was ist passiert? Jubel an Licht Wer ist von der Schuld? Ich komm hier weg Ich stürmer der Ball, das faul ist Willst der Körper am Boden, das Bruder ist Es gab das Netz, es gab es schwer Menschen rennen